Doppel an den Knicks? Ich wünsche dir ein fairer Spiel. Wir starten. Wir spielen für... ...eine Bier? Axel? Ist falsch. Und der letzte Hinweis. Ich habe einmal die Europameisterschaft gewonnen. Das ist richtig. 1 zu 0 für Thomas. Ich wurde letzte Saison am häufigsten eingewechselt. Und ich warte noch auf mein erstes Bundesligator. Giovanni Reiner. Bist du sicher? Ja. Ist auch richtig. Hä? Sein Vater war ein professioneller Fußballspieler. Ah, in der Stadt. Ja. Nein. War er in der Stadt? Reiner, sein Vater? Der Vater. Nächster Spieler. Ein echter Teamplayer. Ja. Ich habe letzte Saison die viertmeisten Torvorlagen der Bundesliga geliefert. Ich habe mehrfach gegen den BVB gespielt, aber nie ein Tor dabei ist. Toto. Hast du gedrückt? Ja. Und du glaubst, dass Toto? Hm? Das stimmt sogar. Ja, das war meine Antwort. Warst du dir nicht sicher, dass du es bist? Nein. Ich will weiß. Ich muss sagen, es ist ich. 3-0. Ich konnte das sehen bei deinen Augen am Anfang. Aber ich war nicht hundertprozentig sicher. Aber du hast so geguckt auf Toto. 3-0. Jetzt aber aufholen. Zwei Bier. Zwei Bier? Doppel an den X? Ja. Ich habe schon zwei Modekollektionen herausgebracht. Ohlala. Modellkollektion? Mode. Kleidung. Beim Modehaus hat er schon zwei Kollektionen herausgebracht. Ich habe am gleichen Tag wie Axel Witsel Geburtstag. Und ich habe zu dieser Saison eine neue Rückennummer. Ich wollte Mats Hummel sagen, aber jetzt ist er, keine Ahnung. Er hat keine neue Nummer. Erling Holler. Das ist falsch. Was ist falsch? Erling? Erling ist falsch. Jetzt kannst du noch überlegen. Nein, nochmal. Du weißt nicht, was du jetzt auch rausfällst. Nochmal. Ja, nochmal. Er hat zwei Modekollektionen herausgebracht. Am gleichen Tag wie Axel Witsel Geburtstag. Und in dieser Saison eine neue Rückennummer. Emre? Das ist richtig. Yes. Emre. Tja. Damit. Was? Hat er die Nummer gewechselt? 23. Meine. Was hat er vorher? 27. 27. Entwechselt. Gut zu wissen. Glückwunsch. Danke. 1 zu 3. Nächster Spieler. Nächster Spieler. In jedem Land, in dem ich spielte, wurde ich Meister und Pokalsieger. Ich habe bislang jedes Spiel gegen den BVB verloren. Ich bin belgischer Nationalspieler. Und das ist richtig. Ich weiß nicht. Doch. Jetzt weiß ich. 2 zu 3. Ich komm, ich komm. Es wird nochmal spannend. Ich bin einer von zwei Feldspielern, also nicht Torhüter, nur Feldspieler, die letzte Saison nie eingewechselt wurden. Ich habe zwei Vornamen und ich habe mich dieses Jahr verlobt. Naja, ich würde auch so ich. Wir sagen erstmal herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Dankeschön. Und herzlichen Glückwunsch zu dem Punkt. Es steht 4 zu 2. Bist du? Mhm. Du? Nicht eingewechselt? Nein, ich verletze die ganze Saison. Ich habe nur so elf Spiele gespielt. Und wenn von Anfang an. Aber halt nie eingewechselt. Ich habe letzte Saison die meisten gelben Karten aller BVB-Spieler bekommen. Ich bin Fan der Dallas Mavericks. Mats? Mats? Mats Hummels ist richtig. Oh nein. Naja. Letzter Hinweis. Wie viele gelben Karten? Sechs. Ah, ist nicht viel. Das bekomme ich ja mal ein halbes Jahr, wenn ich nicht verletze. Es ist spannend weiter. 4 zu 3. Nächster Spieler. Hast du genug frei? Ja, eigentlich ja. Aber einen habt ihr nicht gehabt. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir finden schon was. Ich habe letzte Saison ein Tor erzielt und ein Assist gegeben. Vor dem BVB habe ich in einer europäischen Hauptstadt gespielt. Und ich habe Schuhgröße 45. Was ist das? Dann? Dann? Dann ist 50. At least. 55 vielleicht. Ich weiß nicht. Aber was? Ich habe dann versucht. Aber dann ist richtig. Hat er nur 45? Es ist richtig. Aber er ist 2 Meter hoch. Bro, du bist so glücklich, man. Es steht 4 zu 4. Jetzt müssen wir uns tatsächlich noch mal einen hier raussuchen. Ich bin in England geboren. Erling Haaland. Bist du ganz sicher? Ja, 100 Prozent. Aber es gibt viele. Ja, ja, ja. Wir haben 4 Spieler. Erling Haaland, komm. Mein Vater war ebenfalls Fußballprofi. Und ich wurde 2019 Fußballer des Jahres in Österreich. Erling Haaland. Was kann ich tun? Nichts. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Ja, ja.